Guten Afterrace Talk zum Schneecross in Mannheim und wie so das Rennen nach drei Runden für mich schon zu Ende war, das erfährst du nach den Flops und Tops. Flop Nummer 1 war das Wetter gewesen, dafür kam natürlich der Ausrichter nichts. Nichtsdestotrotz, Schnee und Eis ist nicht so meine Lieblingsdisziplin. Ich bin aber tatsächlich jetzt inzwischen nach dem zweiten Schneerennen schon damit besser zurecht gekommen. Natürlich hätte ich mir lieber Matsch oder trockene Bedingungen gewünscht. Flop Nummer 2 war die Startrunde gewesen auf der Innenseite der Bahn. Die Idee das Feld auseinander zu ziehen bevor es quasi wirklich auf die Strecke drauf geht ist gut, dadurch dass die Spur generell sehr sehr schmal war durch die Witterungsverhältnisse. Aber das auf der Innenbahn zu machen, die dann halt komplett voll mit Schnee und Eis ist, fand ich definitiv nicht optimal. Eine bessere Lösung habe ich jetzt auch erstmal nicht parat. Nichtsdestotrotz war es wirklich nicht so gut gewesen. Top Nummer 1 war die Veranstaltung selbst. Ich finde das Rennen in Mannheim richtig toll. Es ist eine super Strecke, hat alles was man braucht, was Spaß macht. Das ist sehr familiär. Der Ausrichter der RAC Endspurt Mannheim macht das fantastisch. Von daher war das ein schöner Saisonabschluss bis auf das Ergebnis selbst. Top Nummer 2 natürlich auch die Zuschauer, die vor Ort sind. Mit denen macht es halt richtig, richtig schön Stimmung und war eine riesige Freude. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass ich tatsächlich auf dem YouTube-Kanal angesprochen wurde. Von daher freut es mich umso mehr, dass es euch gefällt. Für wen ist das Rennen geeignet? Das Rennen ist tatsächlich für alle Leistungsklassen geeignet. Der Kurs hat viele schöne Passagen. Das ist natürlich einerseits die Sandgrube. Es ist der Tunnel unter der Radrennbahn durch. Es ist die Brücke. Eine Treppe ist drin. Es sind Hürden drin, die man springen kann, die nicht extrem hoch sind. Natürlich je nach Witterungsverhältnissen. Natürlich ist der Kurs sehr kurvenlastig, da das Gelände von seiner Größe her etwas begrenzt ist. Nichtsdestotrotz ist für alle was dabei. Es macht riesig Spaß und kann man nur empfehlen. Zum Rennen selbst. Der Start verlief eigentlich ganz gut. Ich bin ganz gut weggekommen. Bin aber um die Innenbahn relativ safe gefahren. Wie in den Flops erwähnt, war ich jetzt nicht ganz so begeistert davon. Bin aber an dritter Position auf die Strecke gekommen. Das war gut. Da war Lars Hämmerling vor mir und ein Kollege aus Luxemburg. Und dann ging es eigentlich schon in die ersten Passagen rein. Nach dem Start habe ich tatsächlich auch schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt. Ein kleines bisschen gestruggelt. Man sieht phasenweise, dass der Abstand dann doch ein bisschen größer geworden ist. Also ging nur um ein paar Meter und nicht um viele Sekunden. Nichtsdestotrotz ging ja immer mal wieder die Lücke in den Kurven auf. Aber erstmal nicht so schlimm gewesen. Da lustig war eigentlich gewesen, dass sich der Lars und der Kollege aus Luxemburg auf der Strecke am Anfang immer ein bisschen in die Quere gekommen sind. Einerseits kurz vor den Hürden, wo es ein bisschen eng geworden ist. Und tatsächlich auch dann bei der Sandpassage. Da ist der Kollege ein bisschen stecken geblieben. Da konnten dann Lars und ich vorbei fahren. Und dann ging eigentlich auch zu ihm die Lücke auf. Deswegen war das dann zu dem Zeitpunkt dann nur noch, ich sag mal, so ein kleiner Kampf zwischen Lars und mir gewesen. Sehr interessant war, dass viele Ecken zu Fuß einfach schneller waren als sie zu fahren. Dadurch, dass es halt durch den Schnee und Eis und den Untergrund so war, dass man recht langsam drum herumfahren musste, war wirklich oftmals das Laufen schneller gewesen. Ich hoffe, das sieht man auch da so ganz gut. Tatsächlich war es aber auch zu Fuß schmierig gewesen. Nämlich in den Laufpassagen ist Lars auch mal in der Kurve beim Laufen weggerutscht. Von daher war das auch nicht gerade ungefährlich oder unspannend. Und dann kamen eigentlich auch relativ zeitnah schon die Hürden. Ich bin die Hürden einfach gelaufen, weil es meiner Meinung nach sicherer war. Und man hat auch zu Fuß keine Zeit verloren. Man war wirklich auch schnell gewesen. Und das hat sich auch wieder daran bestätigt, dass in der zweiten Runde der Lars an der Hürde auch ordentlich gestürzt ist. Gott sei Dank ist ihm da nichts passiert. Aber genau das ist halt der Punkt bei den Hürden. Von zehnmal geht es neunmal gut. Einmal geht es schief. Und dann tut man sich weh. Man macht das Rad kaputt oder sonst irgendwas. Deswegen mache ich es auch einfach nur, wenn es wirklich safe ist. Und das war auch genau der Punkt gewesen, an dem ich dann an Lars vorbeifahren konnte. Und dann ist es so ein bisschen typisch. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich habe ein bisschen das Tempo rausgenommen, ein bisschen den Druck rausgenommen. Die Ideallinie war einfach sehr, sehr schmal. Deswegen wäre es für ihn schwer geworden, an mir vorbeizufahren. Und ich habe zwar gemerkt gehabt, dass ich ihn ein bisschen aufhalte. Aber das gehört halt auch dazu. Ich habe mal geguckt, wie ich so ein bisschen die Sachen für mich rausziehen kann. Und die ein bisschen die Vorteile rausziehen kann, weil er einfach auf Schnee und Eis durchaus stärker ist als ich. Das hätte ich versucht, das Rennen so weiterzuziehen, bis mir dann tatsächlich im Innenfield mit einem lauten Knall der Schlauchreifen hinten geplatzt ist. Und ja, da musste ich leider Lars auch direkt vorbeilassen. Und quasi beim Überqueren der Start- und Zielliene bin ich dann einfach rausgefahren. Ich hatte jetzt auch kein Ersatzmaterial wirklich dabei gehabt, wo ich jetzt hätte was tauchen können. Und deswegen war für mich dann das Rennen auch zu Ende gewesen. Daher war das jetzt natürlich kein optimaler Saisonabschluss gewesen. Aber es ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, das Rad jetzt in die Ecke zu werfen und sich auf die kommende Mountainbike-Saison vorzubereiten. Und am 4. Februar geht es tatsächlich für mich schon nach Spanien. Und da kannst du dich dann auf entsprechenden Content vom Mediterranen-Epic freuen. Von daher wünsche ich dir einen super Saisonstart und wir hören uns. Ciao, ciao.